Nachdenkseiten Die kritische Website Scholz Diebstahl Ein Beitrag für die Schweizer Weltwoche von Albrecht Müller Der deutsche Bundeskanzler will Zuwanderer abschieben und gleichzeitig den ärmeren Völkern jene Arbeitskräfte abwerben, die vorher auf Kosten dieser Völker ausgebildet worden sind. Diese Absicht hat er in einem Interview mit dem Spiegel ausführlich und in Variation beschrieben. Hier wird gut sichtbar, wie sehr die gängige Sprache geprägt ist von den Interessen der Wirtschaft. Es ist eine sogenannte Klassensprache. Hören Sie nun den Beitrag für die Schweizer Weltwoche von Albrecht Müller. Scholz Diebstahl Der Bundeskanzler will endlich im großen Stil abschieben. Gleichzeitig will er den ärmeren Völkern jene Arbeitskräfte abwerben, die vorher auf Kosten dieser Völker ausgebildet worden sind. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gebärdet sich als gelehrsamer Schüler jener Nationen, die gerne auf gut ausgebildete Arbeitskräfte anderer Völker zurückgreifen. Der Schweiz und der USA zum Beispiel. Er hat gerade dem Spiegel ein langes Interview gegeben, das im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt ist. Darin kommen einige interessante Aussagen vor. Wir werden sie an dieser Stelle nacheinander zitieren und im Anschluss kommentieren. Zitate aus dem Spiegel, Ausgabe 43 aus dem Jahr 2023. Interview des Spiegel mit Olaf Scholz Es ist unsere Aufgabe, die Migration zu regeln. Ich bin mir sicher, dass die Bundesregierung in dieser Frage eng zusammensteht. Wir alle wissen, was jetzt zu tun ist. Und es ist meine Aufgabe als Kanzler, dafür zu sorgen, dass wir nicht zögern. Wichtig ist, unsere Politik ist nicht vom Ressentiment getragen. Wir müssen hart sein, wenn jemand keinen Anspruch hat, zu bleiben. Wir müssen zugleich offen und modern sein, weil wir Arbeitskräfte aus anderen Ländern bei uns brauchen. Ein weiteres Zitat. Spiegel. Und es braucht Zuwanderung. Scholz, es wird auch mehr Zuwanderung brauchen. Mit der Modernisierung unseres Zuwanderungsrechtes, mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, haben wir gute Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Talente und Fachkräfte aus dem Ausland zu uns kommen, die wir hier gut gebrauchen können. Zitat Ende. Und der Spiegel fragt weiter, Menschen sollen nach ihrer Nützlichkeit für Deutschland ausgewählt werden. Wer das bislang ausgesprochen hat, bekam von SPD und Grünen zu hören, das sei unmenschlich. Scholz antwortet daraufhin, Weiter vorne liest man im Text schon die Frage des Spiegel, muss Deutschland stärker darauf achten, wer hierher kommt und bleiben darf. Scholz, das tun wir längst. Wir werden aber jetzt noch genauer unterscheiden. Einerseits geht es um die Zuwanderung von Arbeitskräften, die wir brauchen. Und es geht um jene, die Asyl suchen, etwa weil sie politisch verfolgt werden. Andererseits heißt das aber, wer weder zu der einen noch zu der anderen Gruppe gehört, kann nicht bei uns bleiben. Deshalb begrenzen wir die irreguläre Migration nach Deutschland. Es kommen zu viele. Zitat Ende. Vermutlich werden viele Spiegelleserinnen und Leser das Interview und insbesondere auch die zitierten und sich übrigens wiederholenden Aussagen mit Zustimmung und Kopfnicken zur Kenntnis nehmen. Da präsentiert sich ein Bundeskanzler, der unsere Interessen vertritt. Ich will trotzdem versuchen, diese Aussagen von Olaf Scholz zu hinterfragen. Die Kernaussage ist ja, wer nützlich ist als Arbeitskraft, darf kommen. Die Zuwanderung von Arbeitskräften, die wir brauchen, soll möglich sein und durchaus verstärkt möglich sein. Das lese ich jedenfalls aus dem Text. Die wir brauchen. Das klingt ja so, als wären wir alle Personalchefs oder Unternehmer. So ist das aber nicht. Unter uns gibt es viele abhängig arbeitende Arbeiter und Angestellte. Wir stehen prinzipiell in Konkurrenz zu den neu hinzukommenden ausländischen Arbeitern und Angestellten. Um im Scholz'schen Sprachgebrauch zu bleiben. Braucht der Arbeiter am Band bei Daimler die Zuwanderung von Arbeitskräften? Braucht die deutsche Küchenhilfe in einem Restaurant die Zuwanderung von Arbeitskräften? Braucht die deutsche Krankenschwester Zuwanderung? Manche dieser Betroffenen mögen das ja so sehen. Auch sie sind Opfer der allgemeinen Stimmungsmache. Und diese Stimmungsmache ist eindeutig geprägt von jenen, die Arbeitskräfte nachfragen. Also von der Wirtschaft. Und sie ist nicht geprägt von jenen, die ihre Arbeitskraft anbieten. Also den hier lebenden und arbeitenden und lohnabhängigen Menschen. Die gängige Sprache ist eine Klassensprache. Selbstverständlich werden aus Sicht von Gewerbebetrieben und Unternehmen und ihren Personalchefsmenschen gebraucht, damit kein größerer und wachsender Druck in Richtung Lohnsteigerungen aufgebaut wird. Die Wirtschaft braucht Zuwanderer, um die Entwicklung der Löhne nach oben im Zaum zu halten. Das ist klar und unbestreitbar. Und Olaf Scholz ist ihr Bundeskanzler. Der Kanzler mit dem SPD-Parteibuch als Lohndrücker. Das ist schon eine sehr interessante Botschaft. Er will den ärmeren Völkern jene Leute abwerben, die vorher auf Kosten dieser Völker ausgebildet worden sind. Im normalen Leben nennt man sowas Diebstahl. Selbstverständlich sind der deutsche Bundeskanzler und die beiden ihn interviewenden Spiegel-Redakteure ganz und gar nicht alleine. Sie bilden die Mitte unserer Gesellschaft ab. So gesehen ist Olaf Scholz schon das passende Sprachrohr unseres Volkes. Anzumerken ist noch, und damit komme ich auf die Überschrift zu sprechen. Das Neudeutschland des Olaf Scholz ist wahrlich nicht alleine auf der Welt. Andere Länder, beispielsweise die eingangs erwähnte Schweiz, dann jahrzehntelang, fast schon jahrhundertelang die USA, betreiben dieses Geschäft in großem Stil. Ihr besonderer Wohlstand gründet auch auf der Zuwanderung von Fachkräften. Und wir in Westdeutschland haben viele, viele Jahre davon gezehrt, dass Gastarbeiter aus den südlichen Ländern und gut ausgebildete Brüder und Schwestern aus der DDR in den Westen kamen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit.